Renate! Ja, Liebling? Ich glaube, es geht vorbei mit mir. Na, nun wollen wir mal nicht gleich dramatisch werden. Was ist denn los? Also? Na, du siehst es mir ja bestimmt schon an. Nein, um ehrlich zu sein, nicht. Ich bin krank. Sehr krank. Sehr krank. Alles klar. Wo drückt denn der Schuh? Wo fang ich nur an? Der Kopf. Der Kopf? Der explodiert gleich voll Schmerzen. Oh wei. Und dann der Hals. Der Hals. Als hätte ich einen Dolch im Hals. Also, das klingt ja wirklich schlimm. Zeig mir mal deine Mandeln. Komisch. Gar nicht angeschwollen. Das heißt aber nichts. Okay. Sonst noch was? Der Arm. Der Arm? Ja. Der schmerzt mir auch sehr. Wie passt das denn jetzt ins Krankheitsbild? Ich habe wohl irgendeine seltene Seuche. Sicher. Du hast Muskelkater vom Gärtnern gestern, Werner.